Karma? Gibt es Karma? Was ist das überhaupt? Warum wird es oft missverstanden? Und wie hängt das jetzt mit Heilung zusammen? Und wie hängt das mit deinem persönlichen Wachstum zusammen? Du hörst Herzkanal Spirit, deine Reise vom Kopf zum Herzen. Ich bin Alexandra Wallhorn und hier geht es um transformierende, bodenständige Spiritualität für dich, dein Leben, deine mentale Gesundheit, deine Selbstermächtigung und dein Business. Lass uns gemeinsam strahlen und jetzt geht's los. Ja, wieder eine neue Folge, in der es um dich geht, in der es darum geht, was ist deine Berufung, was ist der Sinn deines Daseins und wie kannst du in deine Kraft kommen? Wie ist deine persönliche Transformation und wie kann deine Heilung voranschreiten? Und in einer Welt, die ständig in Bewegung ist, entdecken wir einfach, ja, wie wichtig es ist, dass du dir selbst Raum gibst zur Heilung. Und warum gerade jetzt der perfekte Moment ist, um alte Wunden zu heilen und karmische Lasten hinter dir zu lassen. Lass uns ein bisschen gemeinsam erforschen, wie das aussehen könnte und lass uns das Thema ein bisschen unterschiedlich betrachten, damit du selbst hineinfühlen kannst, wie ist das denn für dich? Wie bin ich überhaupt auf die Folge gekommen und wie bin ich überhaupt auf das Thema Karma gekommen? Also es gibt immer wieder Menschen, die mit mir in Kontakt treten oder mich auch anschreiben über Social Media, die mir sagen, ja, es gibt ja gar keinen Karma. In der neuen Zeit läuft das alles anders. Und ich finde das oft so ein bisschen schwierig, weil ich liebe die Karma-Astrologie und sehe ja auch die Ergebnisse meiner Arbeit, wenn ich Karma-Arbeit mache. Und wenn dann Menschen kommen und sagen, das gibt es nicht, dann wird ja so meine komplette Arbeit auch in Frage gestellt. Und ja, wenn wir, vielleicht machen wir alle das Gleiche und sehen es ähnlich und haben einen unterschiedlichen Ausdruck dafür. Und das will ich heute mal ein bisschen mit dir auseinandernehmen, weil Karma ist ja ein Begriff, der oft missverstanden wird. Und im Grunde genommen bezieht sich das ja auf das Gesetz von Ursache und Wirkung. Also hinter Karma steht ja die Idee, dass jede Handlung, jeder Gedanke und jedes Wort eine entsprechende Reaktion hervorruft, was ja auch so ist. Also sei es in deinem Leben oder in zukünftigen Themen, Existenzen und karmische Themen in deinem Leben können sich ja auch zeigen als wiederkehrende Muster oder Herausforderungen. Und das ist halt ganz wichtig, auch gerade wenn es an das Thema Manifestieren geht, wenn du in irgendetwas festhängst, dann kannst du dir ja entweder einen Wolf manifestieren oder du manifestierst dir unbewusst etwas, was jetzt nicht so sehr deinem Weg oder deinem Sinn auch entspricht in deinem Leben. Also ich finde, wir dürfen das einfach so ein bisschen betrachten, auch damit du dir die Gelegenheit gibst, wie kannst du lernen, wie kannst du wachsen und wie kannst du dich weiterentwickeln. Denn die Themen anzugehen bedeutet ja auch oft, sich mit tiefer liegenden Lektionen zu befassen, die deine Seele erfahren will. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Ich habe das sehr intensiv an mir selber erlebt, dass ich viele Glaubenssätze in mir hatte, die überhaupt nicht aus diesem Leben kommen. Und als ich mich dann sehr intensiv der Astrologie gewidmet habe und man sogar ablesen konnte, was habe ich denn da mitgebracht und was sind denn meine Themen in diesem Leben, ja konnte ich ja noch intensiver daran arbeiten und so mache ich das auch mit meinen Kunden und Kundinnen. Die geistige Welt sagt mir oft Themen, die so unbewusst da sind, wo wir dann daran arbeiten, dass einfach auch Tore sich öffnen können und dass Lösungen kommen. Und das ist einfach wirklich wunderbar. Und wenn mir dann jemand sagt, ja es gibt ja kein Karma, ja dann brauche ich auch keine Rückführungsarbeit mehr machen oder Aufstellungsarbeit, wo wir in Generationen reingehen. Also die Rolle der Heilung in karmischen Zyklen ist ja einfach Heilung karmischer Wunden ist ein Prozess. Das ist einfach ein Prozess, der dir erlaubt, dich von alten Mustern zu befreien, die dir überhaupt nicht mehr dienen. Und wenn du im Hier und Jetzt bewusst reflektierst und die Bereitschaft hast, die Verantwortung für deine Handlungen und deren Konsequenzen zu übernehmen, dann kannst du beginnen auch die Zyklen zu durchbrechen. Denn Heilung ermöglicht dir ja immer, mit größerer Freiheit und Bewusstheit voranzuschreiten und eröffnet dir einfach neue Pfade für dein spirituelles Wachstum. Und ich finde, da dürfen wir einfach Karma mit einbeziehen. Also es gab zum Beispiel Themen in meinem Leben, die mir immer wieder widerfahren sind. Ich konnte mir einfach keinen Reim daraus machen. Und es war für mich schwierig, weil ich hatte ein Gefühl in mir und dieses Gefühl hat aber nicht mit meinem äußeren Jetzt zu tun gehabt. Und da habe ich mich einfach auf die Suche begeben. Und du kennst vielleicht meinen Weg. Durch meine Angst, die ich hatte, bin ich ja in der systemischen Aufstellungsarbeit gelandet. Bin da erst mal viele Jahre tief eingetaucht für mich selber. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich viele Ausbildungen gemacht habe. Nicht nur Aufstellungsarbeiten, auch Hypnose, eine Hypnoseausbildung, eine Rückführungsausbildung. Also all das habe ich gemacht, weil ich wollte dem auf den Grund gehen. Und hinterher habe ich immer die Erfahrung gemacht, ja, das hat die geistige Welt mir auch alles so gesagt. Also viele Ausbildungen auf meiner Reise, die haben gedient so, dass ich einen Beweis bekomme. Hört sich echt schräg an und scheiße an. Und das ist natürlich sehr viel Ego und Kopf mit bei gewesen. Aber so habe ich auch gelernt, der geistigen Welt zu vertrauen, was die mir denn überhaupt alles erzählt haben. Und ich habe dann so ein bisschen selber meine Ausbildungsform kreiert. Und deshalb sage ich immer, ja, die geistige Welt, Astrologie, Human Design sind meine Säulen. Aber natürlich Heilung ist der Überbegriff. Was darf heilen in dir, dass du zu deinem Strahlen kommst? Also hast du dir darüber Gedanken gemacht? Und da sind wir ja, glaube ich, alle auf der Suche. Was darf in uns heilen? Wie können wir strahlen? Sind wir in unserem Strahlen? Haben wir dann überhaupt Erfolg? Und das ist eine riesengroße Reise. Und so ein bisschen finde ich das ganz merkwürdig, wie draußen vermittelt wird, wie du Erfolg haben musst. Da ist schon sehr viel Kopfgeschisse auch bei und gerade in der Coaching-Szene auch, was du machen kannst, um Erfolg zu haben. Dass viele Coaches sagen, ja, ich zeige dir, wie du Millionär wirst. Und viele Menschen dann da ein Programm buchen, weil sie Millionär werden wollen. Aber die Coaches kommen dann genau zu den Millionen, weil sie etwas lehren, was sie vorher gar nicht hatten. Also das sind schon ganz komisch verdrehte Sachen. Und wir von Herzkanal wollen ganz gerne, dass du den Sinn deines Lebens entdeckst. Dass du den Sinn auch deines Berufes, deiner Berufung entdeckst. Und das heißt nicht immer, dass du in die Selbstständigkeit gehen musst. Weil vielleicht bist du gar nicht geschaffen für die Selbstständigkeit. Also wenn du jemand bist, der super viel Sicherheit brauchst, dann wird die Selbstständigkeit dich vielleicht ein bisschen auffressen, weil du wirst merken, da ist nichts sicher. Es gibt im Thema Selbstständigkeit keine Sicherheit oder keine finanzielle Sicherheit. Und da darfst du immer schauen, was bist du so für ein Typ und was kannst du machen. Und ich habe die Feststellung gemacht, wenn du im Karma noch, also es gibt Menschen, die der Meinung sind, dass es kein Karma gibt. Und die Perspektive basiert ja auch so einem rationalen oder wissenschaftlichen Weltbild. Es gibt auch viele Lichtarbeiter, die sagen, es gibt eigentlich kein Karma, aber sind dann schon sehr mit den Themen Atlantis verbunden und mit dem Ursprung verbunden. Vielleicht ist das Wort Karma einfach ein Thema, was jeder falsch deutet. Und da muss man ja auch mal hinterschauen. Deutest du es falsch oder falsch oder anders? Also es ist ja auch wichtig, alle Ansichten zu respektieren. Denn letztendlich ist ja das Verständnis des Universums und seiner Gesetze subjektiv und auch durch individuelle Erfahrungen geprägt. Und ob du an Karma glaubst oder nicht, der Kerngedanke, dass deine Handlungen Konsequenzen haben, bleibt ja eine universelle Wahrheit. Und die Auseinandersetzung mit der Idee, die kann dich dazu inspirieren, auch achtsam zu leben und Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen, die positive Auswirkungen auf dein Leben haben und das der Menschen um dich herum. Und das finde ich wichtig. Und ob du nun an Karma glaubst oder nicht, die Idee, die ist wirklich wichtig. Also was ist mit deinen Handlungen? Was ist mit deinen Gedanken? Was ist mit deinen Worten und die Qualität hinter deinen Worten? Die Energie hinter deinen Worten. Das ist doch das, was wichtig ist. Und manchmal steckt eine Energie hinter Worten und eine Qualität, wo du denkst, das ist nicht in so einem hohen Bewusstsein angesiedelt. Auf der anderen Seite müssen wir auch unfassbar aufpassen. Und da ist so die Gefahr auch im Thema Spiritualität. Ja, wir wollen alle groß denken und wir wollen Großes manifestieren und Großes träumen. Aber wir hängen ja oft fest. Also ich sage wir, weil ich damit einbeziehe. Wir sind alle Menschen Gast auf der Erde und wir alle als Menschen sind hier auf die Erde geplumpst, weil wir wissen, wir wollen Lernschritte machen. Und manchmal fühlen wir, dass wir irgendwo festhängen und kommen nicht weiter und dann dürfen ja Energien gelöst werden. Und indem du dich dann diesen Themen stellst, sei es karmische Themen oder wie du das jetzt benennen willst, Indem du den Mut hast, den Heilungsweg zu beschreiten, dich selbst zu heilen, öffnest du ja dich für eine ganz tiefgreifende Transformation und für die Möglichkeit, dass dein volles Potenzial überhaupt entfaltet werden kann. War jetzt ein langer Satz, also du kannst ja nochmal anhalten und zurückspulen und dir den nochmal anhören. Das werde ich im Nachgang auch tun. Und es ist so wichtig, wenn du deinen Weg der Erkenntnis gehst mit Offenheit, mit Mitgefühl und dem Wunsch, in jedem Moment dein bestes Selbst zu sein. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass das ein intensiver Weg ist, dass das manchmal ein schwerer Weg ist und dass es absolut zum Abfacken ist, wenn du in etwas drin steckst und jemand knallt dir um die Ohren, ja, da bist du in der Blockade, da musst du aber mal in deiner eigenen Verantwortung gucken. Über das Thema Eigenverantwortung habe ich übrigens letzte Woche im Podcast gemacht, also hör da gerne mal rein, da habe ich sehr schöne Rückmeldungen bekommen. Also wichtig ist ganz einfach, bist du in der Lage, die eigene Entscheidung zu treffen und was kannst du tun und was ist Karma letzten Endes? Und ich muss hier nochmal sagen, ob du an Karma glaubst oder nicht, aber stell dir vor, du könntest unsichtbare Fäden entwirren, die dich an alte Muster und Erfahrungen binden und Muster, die dich immer und immer wieder auf denselben Pfad führen. So wie ich das schon zu Anfang gesagt habe. Das ist ganz, ganz wichtig, denn es braucht die Entwirrung. Wir kommen nicht alle klar auf die Welt. Also wir sind geprägt durch unsere Eltern, durch das, wie wir groß geworden sind. Und die Reise zu dir selbst beginnt einfach mit der Bereitschaft, ja, in den Spiegel der Selbstreflexion zu schauen. Und wo sind deine Wunden? Wo sind deine verborgenen Wunden? Kannst du die erkennen? Und kannst du den Schritt zur Heilung gehen? Nein. Wir tragen alle Verletzungen in uns. Und ja, jetzt im Moment ist es an der Zeit, dass du die Verletzungen nicht als Schwächen siehst, sondern als Chancen für dein Wachstum und für deine Stärke. Aber du darfst auch lernen, wie du deine Verletzlichkeiten umarmen darfst, wie es zu dir gehört, aber wie du trotzdem ein authentisches Wesen hier auf der Erde sein darfst. Und klar müssen wir alle die Verantwortung übernehmen für das eigene Leben. Das ist mega entscheidend. Aber sind wir oder bist du in der Verfassung, dass du die Verantwortung übernehmen darfst? Hast du das Wissen überhaupt? Also es vermischt sich gerade auch so sehr die neue Welt, die alte Welt. Ja, Menschen kommen und sagen, ich will Teil der Veränderung sein. Aber wenn wir alte Strukturen auflösen, dann gibt es wieder neue Strukturen, was auch Strukturen sind. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist die Annahme und die Übernahme von Verantwortung für dein Leben entscheidend. Wie ist deine Transformation? Aber es gibt viele Menschen, die dürfen die Eigenverantwortung auch erstmal entdecken in sich, sodass sie fühlen, hey, jetzt bin ich befähigt, aktiv Schöpfer meiner Realität zu werden. Viele Menschen denken auch, dass sie, also da findet so ein richtiges Schönreden auch statt, dass sie loslassen wollen, haben aber überhaupt noch gar keinen Plan für die neue Zeit. Und wir dürfen da ja alle reinwachsen. Karmische Muster können dich unbewusst total beeinflussen. Und es ist so wichtig, dass du die Muster erkennst, dass du was daran tun kannst, um sie zu heilen, damit du von alten Zyklen überhaupt befreit bist. Und Struktur und Disziplin sind nicht nur für den äußeren Erfolg wichtig, sondern auch für deine inneren Wachstumsprozesse. Und du darfst auch erfahren, wie ein geordnetes, nämlich dein geordnetes Leben, die persönliche Entwicklung unterstützt. Und wenn du ein Business auf die Straße bringen willst, dann hat es nicht damit zu tun, ich brauche eine Webseite, ich brauche eine Visitenkarte und ich brauche einen Flyer. Da steckt so viel mehr hinter, nämlich, was ist der Sinn deines Lebens? Warum willst du dein Business überhaupt machen? Was willst du da auf die Straße bringen? In welcher Verfassung bist du? Oder ist dein Business einfach nur ein Hobby? Also glaubt mir, da gibt es ganz, ganz viel. Und in unserer Spirit-Business-Masterclass rede ich persönlich auch sehr viel über meine Erfahrungen. Also die klare Kommunikation mit dir selbst ist ja auch ein Schlüssel zur Heilung. Aber wie redest du mit dir selbst? Also bist du in der Zweiflerstimme unterwegs? Killt dein Perfektionismus dich immer? Und wie lernst du dich kennen? Wie sehr kennst du dich? Und klar können wir jetzt auch sagen, Selbstliebe ist die Grundlage für Heilung und Transformation. Das stimmt. Aber wie geht denn dieses Selbstliebe? Wie lerne ich das denn überhaupt? Und klar können wir sagen, wir können Zitate runterbeten und Zitate sind immer schön. Aber wie würde dein Zitat für dein Leben heißen? Kannst du das sagen? Und eins meiner Lieblingszitate für mein Leben ist tatsächlich, ein jeder wünscht mir, was er will und Gott gibt ihm nochmal so viel. Ich mag es sehr, wenn Menschen erfolgreich sind. Ich mag es sehr, wenn Menschen in der Lebensfreude sind. Ich liebe es, wenn Menschen Erfolg haben. Ich liebe es, wenn Themen heilen. Und all das wünsche ich Menschen. Ich freue mich, das Gute in den Menschen zu sehen und bin oft erschüttert, was für Arschlöcher Menschen sein können. Und Liebe bedeutet ja nicht nur Rosen auf dem Weg zu streuen. Liebe bedeutet ja auch, klar zu sein. Und die Liebe zu sich selbst bedeutet auch, klar sich zu äußern. Und indem du dich diesen Themen widmest, öffnest du ja auch für dich ein Leben in Freiheit, Frieden, Harmonie und Erfüllung. Das wollen wir doch alle. Und klar ist das eine Reise und klar ist das deine Verantwortung. Aber du bist nicht allein. Und jeder Schritt zur Heilung ist ein Schritt zu deinem wahren Selbst. Und klar kann ich jetzt sagen, beginne heute und erlaube dir selber die Veränderung zu sein, die du in der Welt sehen möchtest. Aber da ist die Frage, siehst du dich selbst? Und wie siehst du dich selbst? Was hast du für Themen mit hier auf die Erde gebracht? Und das ist ja Karma, die du heilen willst, die du erfahren willst. Und wo ist da der Wendepunkt in dein Erfolg, in deinen Frieden, in deine Freiheit? Ja. Ich wünsche mir, dass ich dir jetzt so ein bisschen die neuen Pfade der Heilung auch geben konnte. Und dass du für dich reflektieren kannst, glaubst du an Karma, glaubst du nicht an Karma? Oder wie ist das bei dir? Wie siehst du das? Und das wollte ich dir heute ein bisschen mit auf den Weg geben. Und weißt du, warum ich dir das mit auf den Weg geben wollte? Weil es astrologisch genau passt zu dem, was wir gerade haben. Und du kennst das ja von mir, ich rede oft von Astrologinesisch. Das heißt, wenn ich dir jetzt alle Konstellationen sage, dann bist du am Ende der Podcast-Folge, sagst du, was meinten die überhaupt damit? Und ich will dir die Themen einfach ganz bodenständig rüberbringen. Aber natürlich ist es angelehnt an unsere Zeit, die wir haben. Natürlich ist es angelehnt an die Astrologie, das, was die geistige Welt mir sagt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deshalb lade ich dich ein, darüber nachzudenken. Und wenn ich dich einlade, darüber nachzudenken, dann machst du das in deinen Gedanken. Und du kannst denken, ah, wow, wo habe ich denn da eine Blockade? Meine Güte! Da war ich aber verblendet. Ich habe letztens eine ganz tolle Rückmeldung bekommen zu unserem Produkt Dein kosmischer Kompass. Und manchmal ist es so, dass die Menschen mir die Rückmeldung geben, hey, ich verstehe das gar nicht, was du da sagst. Oder ich kann mir das gar nicht alles merken. Muss man auch nicht, weil du sitzt ja in dieser Energie drin. Und ich finde einfach so schön, sich auch mal einzulassen auf eine Energie, die uns vielleicht viel mehr geben kann, als wir hoffen, denken darüber, was sie uns geben kann. Und in dein kosmischer Kompass machen wir genau das. Ich mache genau das. Ich lade dich ein in eine Energie und du schaust, was sich verändert. Und ich habe letztens eine Rückmeldung bekommen, jetzt komme ich endlich darauf, dass die kosmischen Tipps immer im Auto gehört werden, auf dem Weg zur Arbeit. und das geschrieben wurde, ich habe das Gefühl, dass meine anfängliche Blockade bröckelt, dass die Freude wieder zurückkommt. Und dass jemand festgestellt hat, hey, ich gucke manchmal in den Himmel und ich frage mich, war der Himmel immer schon so schön, faszinierend, oder war ich einfach nur blind. Und ich glaube, dass Heilung auch stattfindet, indem wir kontinuierlich dranbleiben, indem wir auch einsehen, dass der Heilungsprozess etwas länger dauert. Deshalb ist dein kosmischer Kompass und unser Programm oder mein Programm Spirit Light, Heal Yourself, die gehen über ein Jahr, weil ich einfach weiß, es braucht, bis innere Strukturen auch wieder umswitchen. Und das hat mich super, super gefreut. Also, wenn du jetzt Themen hast, wo du sagst, ich will Veränderung, ich will Freiheit, ich will innerer Frieden, ich will Lebensfreude, ich will Erfüllung und ich will in dem Zustand sein, dass ich überhaupt in die Veränderung gehen kann, dann schau bitte in dein kosmischer Kompass. Ich freue mich, wenn wir uns da bald sehen oder in Spirit Light, Heal Yourself. Beide Links findest du hier unten in den Shownotes und dann lade ich dich ein und sage, lass krachen, damit du Erfüllung findest. Ja, da waren jetzt viele Themen mit enthalten. Ich freue mich, wenn ich dich bald sehe und habe einen ganz, ganz tollen Tag und habe eine grenzgenial geile Zeit. Deine Alexandra. Lass uns gemeinsam strahlen auf dieser wundervollen Reise zum Herzkanal. Du bist bereit, in dein volles Potenzial zu gehen und möchtest regelmäßige Anregungen? Dann trage dich auf www.herzkanal.com kostenlos in unseren Montagsimpuls ein und erhalte exklusive Inhalte. Möchtest du deinen Entfaltungsprozess aktiv und positiv gestalten? Dann nutze ein kostenloses Erstgespräch oder treffe Gleichgesinnte in unserer Facebook-Community. Alle Links findest du in den Shownotes. Finde jetzt zu deinem hellsten Strahlen, finde zu dir, zu deiner Sternstunde. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!